5, 4, 3, 2, 1 Nigo ist eine der prägenden Figuren in der Modewelt der letzten 30 Jahre. Egal ob Babe, BBC Ice Cream, Human Made, Uniqlo oder Louis Vuitton, die meisten von euch werden schon mal auf mindestens eine seiner Kreationen gestoßen sein, haben aber möglicherweise noch nie von dem Mann hinter diesen Kleidungsstücken gehört. Deshalb wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video über die Geschichte von Nigo. Babe, BBC Ice Cream, Human Made, Uniqlo und Teriyaki Boys. Nagao Tomoaki, Künstlername Nigo, wurde am 23. Dezember 1970 in Maibashi, Japan geboren. Er verbrachte als Kind viel Zeit alleine mit seinem Spielzeug, da seine Mutter als Krankenschwester und sein Vater als Plakatmacher arbeiteten. Vor diesem Spielzeug nahm er viel Inspiration für seine späteren Designs. Sein Interesse an Mode wurde durch das japanische Fashion Magazin Popeye erweckt. Besonders fasziniert hat ihn der Amerika der 50er Modetrend, der im Japan der 1980er weit verbreitet war. Mit 16 Jahren kaufte er sich sein erstes Turntable Set und begann Beats zu produzieren. Musik und Kleidungsstil lehnte er an Ikonen des Hip-Hops wie Public Enemy und LLQJ an. Nach seinem Schulabschluss zog Nigo nach Tokio, um dort auf das Bunker Fashion College zu gehen und Fashion Journalist zu werden. Die meisten Kontakte knüpfte er zu der Zeit allerdings in Tokios Nachtleben. Später sagte Nigo, dass er absolut nichts in Bunker gelernt hatte und das einzig Gute war, dass er dort Yuen Takahashi, der ihn 1990 undercover gründete, kennenlernte. Dieser stellte ihm dann den Godfather of Harajuku, Hiroshi Fujiwara vor, der unter anderem später Fragment Design gründete und zu dieser Zeit durch seine Last Orgy Kolumne mit Kan Takagi im Popeyeis Magazine bekannt war. Diese beiden wurden gute Freunde und durch diese Freundschaft entwickelte Nagao auch sein Spitznamen Nigo. Nigo bedeutet im japanischen Nummer 2 und bezieht sich auf die äußere Ähnlichkeit von Fujiwara und ihm. Nigo wurde zu Fujiwaras Assistenten und durfte für das Popeyeis Magazine zusammen mit Takahashi die Kolumne Last Orgy 2 schreiben. Diese Arbeit brachte ihm viel bei und sorgte auch dafür, dass er seine ersten Kleidungsstücke entwarf. Am 1. April 1993 eröffnete Nigo dann, nachdem er sich von einem bekannten 5 Millionen Yen, also etwa 40.000 Euro lie, zusammen mit Yuen Takahashi in Shibuya, Tokio seinen ersten Store mit dem Namen Nowhere. Diese Fashion-Boutique führte internationale, von Nigo ausgewählte Streetwear-Marken sowie Schuhe von Nike und Adidas und auch eigene Produkte von Takashis Undercover. Da sich Takashis Marke allerdings deutlich besser verkaufte als die restlichen Produkte, beschloss Nigo auch seine eigene Marke zu produzieren. Kurz darauf gründete er zusammen mit Designer Skatething Abaishingu Aipu, übersetzt A Bathing Ape oder kurz Babe. Dieser Name spielt auf ein japanisches Sprichwort, das übersetzt A Bathing Ape in Lukewarm Water bedeutet, an. Normalerweise baden Japaner meistens in Wasser mit 40 Grad Celsius. Lauwarmes Wasser repräsentiert hingegen Selbstzufriedenheit und den Mangel an Strebsamkeit. Der Name spielt also auf Babes Kunden an, die größtenteils junge Japaner sind, die sich auf dem Reichtum der Eltern ausruhen. Name, Logo und Designs waren dabei auch an Planet der Affen angelehnt. Die Marketingstrategie hinter Babe war künstliche Verknappung, da immer nur Stückzahlen in Höhe von ca. 10% der Nachfrage produziert wurden. So konnten auch vergleichsweise hohe Preise verlangt werden. Um die Bekanntheit der Marke zu steigern, gab er seine T-Shirts an den Musiker Cornelius, der sie bei seinen Auftritten trug. Die ersten zwei Jahre produzierte Nigo 30-50 T-Shirts pro Woche, wobei die Hälfte an Freunde verschenkt wurde. Dazu kamen die bis heute bekannten Camouflage-Hoodies. Nachdem Babe etwa 40 Stores in Japan belieferte, beschlossen sie ab 1998 die Marke nur noch im eigenen Laden zu verkaufen. Dieser Schritt war zwar riskant, aber nach kurzer Zeit stiegen die Gewinne auf dasselbe Niveau, das zuvor in der Vielzahl von Geschäften erreicht wurde und überstiegen diese schließlich. Die Exklusivität steigerte den Hype und immer mehr Prominente auch außerhalb Japans wie Rapper Notorious B.I.G. verbreiteten diesen Hype. So hatte Babe am Ende der 90er sechs Stores in Japan und nahm pro Jahr ca. 2 Milliarden Yen, also etwa 20 Millionen Euro ein. Anfang der 2000er stieg Babes Beliebtheit immer weiter, vor allem in der Welt des Hip-Hops. Dazu trug unter anderem der an den Air Force One Low angelehnte Babes dabei, der in 2002 veröffentlicht wurde und sehr gehypt war. Der Air Force One Low war zwar sehr bekannt und beliebt, allerdings wurden immer die gleichen Materialien und ähnliche Farben verwendet. Die Babestars besaßen stattdessen teilweise Patent Leather sowie auffällige und kreative Farbkombinationen. Nikes Klage wurde trotz extremer Ähnlichkeit der Sneaker abgelehnt und Babe durfte den Schuh weiter produzieren. Daraufhin entdeckte er auch Pharrell Williams Babe und er wurde schließlich Babes Brand Ambassador und gründete zusammen mit Nigo in 2003 Billionaires Boys Club und Ice Cream. Als weitere Brand Ambassadors von Babe wurden in den folgenden Jahren unter anderem Lil Wayne und natürlich Kanye West ernannt. In Zusammenarbeit mit Kanye entstand auch der wohl bekannteste und ikonischste Babester. Nigo sagte zu den unter Vertrag genommenen Rappern später in einem Interview, dass es für ihn eine große Veränderung für Babe war, als die Marke immer häufiger in Rap-Texten vorkam und er nun weiter in die Welt des Hip-Hops vorstoßen wollte. In 2005 öffnete auch der erste Babe-Store außerhalb Japans in Manhattan. Im gleichen Jahr gründete Nigo zusammen mit Ilmari und Ryo-Z von Ripslime sowie Verbal und Wise die japanische Hip-Hop-Gruppe Teriyaki Boys. Am bekanntesten wurde diese für den Song Tokyo Drift vom Soundtrack zu The Fast and the Furious Tokyo Drift. Das erste Album der Gruppe mit dem Namen Beef or Chicken erhielt in Japan sogar eine goldene Schallplatte. In 2005 gewann Nigo auch noch den MTV Asia Style Award. Seit 2006 produzierte er die Show Nie Goldeneye für MTV Japan. Mit dem steigenden Reichtum gab Nigo auch immer mehr Geld aus, vor allem für Schmuck und Sammlerstücke wie Korsfiguren oder seine Star Wars Kollektion, die ca. 250.000 Dollar wert war. Zudem widmete er einen Raum in einem seiner Anwesen Gucci, da in diesem Zimmer von Tapete über Möbel und Gegenstände alles von Gucci hergestellt worden war. Diese ganzen Ausgaben konnte Nigo sich aber auch leisten. In 2006 wurde geschätzt, dass Babe ca. 45 Millionen Dollar pro Jahr einnahm. Dazu kam natürlich auch noch das ziemlich erfolgreiche Billionaires Boys Club, seine zuvor genannte MTV Show und seine Musikprojekte. Diese Zeit war wohl der absolute Peak von Nigo und besonders auch von Babe. Fast alle Produkte waren durchgehend ausverkauft, es gab ein Babe Café und sogar eine von Babe gesponserte Wrestling Liga. Allerdings konnte dieser Hype natürlich nicht für immer aufrechterhalten werden. In 2010 gründete Nigo seine nächste Marke mit Human Made. Diese sollte, wie der Mensch, die Weiterentwicklung des Affen, also in diesem Fall Babe sein. Die lauten und bunten Farben wurden gegen erwachsenere Designs ausgetauscht, da sich Nigo nun auch erwachsener fühlte und sich nicht mehr so stark mit der bunten Kleidung identifizieren konnte. Es entstand Mode, die an alte Zeiten und Workwear angelehnt war. Am 1. Februar 2011 wurde der Verkauf von 90% der Anteile an Babe an den Modekonzern IT aus Hongkong für 21,285 Millionen Hongkong-Dollar, was heute etwa 2,7 Millionen Euro wären, angekündigt. Nach den zuvor genannten Einnahmen klingt das natürlich erstmal nach ziemlich wenig, aber dieser niedrige Preis hatte auch seinen Grund. Der Verkauf folgte nämlich auf einige sehr erfolglose Jahre, in denen Nigo mit seiner Nowhere Corporation, zu der auch Babe gehörte, Schulden in Höhe von 1 Milliarden Yen, also etwa 10 Millionen Euro, angehäuft hatte. Diese zwangen ihn schließlich zum Verkauf von Babe. Allerdings musste er die Marke nicht verlassen, sondern verblieb als Creative Director, bis er in 2013 das Unternehmen schließlich verließ. Babe hatte sich durch immer mehr Geschäfte und größere Stückzahlen von der Markenidentität distanziert und Nigo war damit nicht einverstanden. Ein Teil davon war die in 2012 begonnene A-Ape-Reihe, die nur ca. die Hälfte der normalen Babe-Preise kostete und so den Mainstream erobern sollte. Diese Linie wird bis heute fortgesetzt und hat als Leitmotive Musik, besonders Hip-Hop, Militär und Baseball. Auch ohne Nigo ist Babe bis heute bekannt mit allein 19 Geschäften in Japan sowie Stores in unter anderem Hongkong, New York, China, Bangkok, Singapur, Paris und London. Besonders während der Zeit des Hype-Beasts, also so um 2016, 2017 herum, war Babe vermutlich bekannter und beliebter als je zuvor und war eine der Marken, neben zum Beispiel Supreme oder Off-White. Der Hype ist zwar heutzutage nicht mehr ganz so groß, aber Babe bleibt trotzdem eine etablierte und beliebte Marke. In 2014 wurde Nigo zum Creative Director der UT-T-Shirt-Linie bei Uniqlo ernannt. Es wurde sich seitdem vor allem auf Collabs mit Marken wie Star Wars oder Kaws fokussiert. In 2020 entwarf Nigo zusammen mit Virgil Abloh eine Creative Capsule bei Louis Vuitton. Diese bezog Inspiration aus der Streetwear-Kultur der 2000er. Zu der Zusammenarbeit mit Nigo sagte Virgil, dass es für ihn niemanden wie Nigo gibt. Nigo hat der Marke Louis Vuitton geholfen zu verstehen, wie man Luxus zu einer neuen Generation bringen kann. Aufgrund dieser Kollektion sowie weiterer Projekte erhielt Nigo den 2020 Fashion Designer of the Year Award und war Teil der GQ Japan Man of the Year. 2021 wurde Nigo Chefdesigner beim französischen Luxus-Moderhaus Kenzo. Nigo nannte diese Position die größte Herausforderung seiner 30-jährigen Karriere. Zu seinen Zielen sagte Nigo, dass er Mode zur Zeit als langweilig ansieht und dass die Fashion Shows immer mehr als Spektakel gesehen werden und so von der Mode ablenken. Er wollte den Fokus und das Interesse wieder auf die Kleidung selbst lenken. Für Kenzo hat Nigo nun schon zwei Kollektionen herausgebracht. Nach über zehn Jahren brachte Nigo in 2022 wieder ein Album heraus mit dem Namen I Know Nigo, welches er zusammen mit Pharrell produziert hat. Dieses verdeutlichte nochmal seinen Einfluss und seine Bekanntheit in der Welt des Hip-Hops, da unter anderem A$AP Rocky, Kid Cudi, Tyler the Creator, Lil Uzi und natürlich die Teriyaki Boys zum Album beitrugen. Wie ihr also sehen könnt, hat Nigo die Welt der Mode in den letzten 30 Jahren nicht nur in Japan geprägt. Babe ist dabei natürlich seine erfolgreichste und bekannteste Kreation, aber auch BBC Ice Cream und Human Made sind bis heute relevante Marken und auch die Uniqlo-UT-Reihe erfreut sich großer Beliebtheit. Dazu ist er auch eine bekannte Größe in der Welt des Hip-Hops mit seiner Gruppe Teriyaki Boys und seinem Album I Know Nigo. Auch wenn vielleicht nicht jeder von euch den Namen Nigo schon zuvor gehört hatte, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass ihr zumindest indirekt schon mal auf ihn getroffen seid. Nigo ist schließlich eine der prägenden Figuren in der Welt der Streetwear und sein Einfluss auf diese wird vermutlich noch auf lange Zeit bestehen bleiben. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos, ich hoffe es hat euch gefallen, ich würde mich sehr über ein Abo, eine Bewertung sowie einen Kommentar freuen, folgt mir auch sehr gerne auf Twitter und Instagram und seht euch ein weiteres meiner Videos an und bis zum nächsten Video, haut rein! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal!